Willkommen im Hotel Hönoer Hof, Ihrem familiengeführten Frühstückshotel am Stadtrand von Berlin. In ländlicher Ruhe auf einem ehemaligen Bauernhof und nur 15 Gehminuten vom U-Bahnhof Hönoer entfernt, erwarten Sie neu und liebevoll eingerichtete Zimmer in gastfreundlicher Atmosphäre und zu fairen Preisen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Buchen Sie telefonisch oder schicken Sie uns eine E-Mail. Bis zum nächsten Mal.